Woher kommst du? Ehm Steffen Was war das denn? Was war das denn? Hey, ich hab schon wieder noch nie das Was heißt du eigentlich? Kai Kai, was machst du beruflich? Wachmann Du bist Wachmann Und was bewachst du? Soldaten Soldaten? Hey Leute, ihr könnt nicht immer so komisch reagieren Was ist denn? Das ist doch keine Mappen-Show hier Oh, 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 oh Nehmen wir das so Du bewachst Soldaten Also bist du selber Soldat? Nein Was sind das für Soldaten, die deine Bewachung brauchen? Die deutsche Bundeswehr, die haben Angst Wir brauchen Kai Willst du eine Soldatin? Ja Krass, kennst du Kai? Ich finde, wenn es auf der Welt von der Sache zu viel gibt, dann von Pornas Ich hab mal gelesen, ja Danke, ich hab mal gelesen Kleine Zustimmung hier, ja Dann kann ich euch lieber Pornas Ich bewachte die jeden Tag